Über fünf Millionen Menschen und 53 Städte. Eines der größten Ballungsgebiete in Europa. Was kann das wohl sein? Natürlich der Ruhrpott. Und was darf da auch nicht fehlen? Natürlich der Opel Manta B, auf dem ich hier schon Platz genommen habe. Und das ist sogar ein Originalnachbau vom Manta Manta Film mit Til Schweiger. Der ist ja 1991 in die Kinos gekommen und war ein richtiger Kinohit. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Schätzchen und zwar den Mercedes-Benz 170. Der ist schon von 1939 und er hat eine ganz besondere Lackierung, die Junkyard Spezial. Das heißt sowas wie Wolf im Rattenpelz, weil seine 300 PS unter der Haube sieht man überhaupt nicht an. Und ich habe mir sagen lassen, es ist geil, ob man Gas gibt oder bremst. Aber um was es wirklich geht im Ruhrpott, ist pure Leistung. Und die bringt dieser Opel Corsa auch hundertprozentig auf die Straße. Mit zweimal 500 PS vorne und hinten und Allrad ist er ein echter Hammer. Und jetzt lassen Sie mal hören. Lass ballern! Und das nenne ich echtes Tuning!